Es hat ja jeder so seine Vorlieben. Wenn wir unseren Mitarbeiter aus dem Vogtland in die Natur schicken, oder wie in diesem Fall in den Tierpark Hirschfeld, dann blüht er so richtig auf. Aber da ist er sicher nicht alleine. Was kann es auch Schöneres geben, als bei diesem herrlichen Wetter draußen zu sein? Im Tierpark Hirschfeld gab es wieder reichlich Nachwuchs und man sucht unter anderem Namen für die jungen Wisente. Kommen Sie doch einfach mal mit. Die schönste Jahreszeit hat nun auch im Tierpark Hirschfeld Einzug gehalten. Überall blüht es, die Bienen und Hummeln sind bei der Arbeit. Mensch und Tier geht es einfach besser, wenn die Sonne scheint. Wenn es zu warm wird, dann geht man einfach in den Schatten. Mit ein paar Leckereien konnte Tierpark-Chefin Ramona Demmler die Wisente und den Nachwuchs dann doch aus dem Unterstand locken. Selbst unter der Woche ist der Tierpark gut besucht. Das ist richtig. Wir haben also sehr, sehr viele Besucher und wir haben vor allen Dingen ganz, ganz viele Jungtiere, die bei uns in den letzten Tagen und Wochen geboren sind. Und wir stehen hier gerade bei den Wisenten. Dort haben wir also Nachwuchs bekommen. Das erste Jungtier ist Mitte Mai geboren und das zweite Jungtier ist zum Kindertag zur Welt gekommen. Es sind zwei Jungs diesmal, also zwei Bullenkälber. Und wir suchen für die beiden einen Namen. Die Namen müssen mit ZW beginnen. Das hängt damit zusammen, dass wir seit 1972 im Zuchtbuch für die europäischen Wisente sind und dort Buchstaben zugeordnet bekamen. Und da HI für Hirschfeld schon vergeben war, haben wir also das ZW für Zwickau bekommen. Und seither heißen alle bei uns geborenen Wisente, haben also alle einen Namen, der mit ZW beginnt. Haben Sie ein Beispiel? Na, zum Beispiel Zwerg oder Zwetschge oder Zweifel oder Zwieback. Das ist alles schon da gewesen. Voriges Jahr haben wir also auch einen Namen gesucht. Da hatten wir ja zwei weibliche Kälber und haben auch sehr viele Vorschläge erhalten. Aber die waren halt alle weiblich. Und dieses Jahr brauchen wir zwei neue, nämlich männliche Namen. Wie funktioniert das? Am besten per E-Mail. Da sparen wir uns Papier und Briefmarken, also per E-Mail an tierpark.hirschfeld-sachsen.de. Und natürlich wird derjenige, dessen Namen ausgewählt werden, verständigt und bekommt dann eine Familieneintrittskarte für den Park. Dann nahm Ramona Demmler unseren Mitarbeiter mit auf einen Rundgang bzw. eine Rundfahrt durch den Tierpark. Die nächste Station war das Känguru-Gehege. Hier hieß es vorsichtig anpirschen. Bei den Kängurus gab es auch noch was? Ja, bei den Bennet-Kängurus haben wir also das erste Mal ein Jungtier in diesem Jahr. Und wie man sehen kann, inzwischen ist es so weit, dass es doch schon alleine im Gehege unterwegs ist. Aber wenn Gefahr droht oder wenn es erschreckt, dann schlüpft es noch immer in den Beutel der Mama. Und so konnten wir das bisher auch noch nicht sexen. Also wir wissen das Geschlecht des Tieres noch nicht, da wir es noch nicht alleine einfangen konnten. Also bleibt es spannend. Putzig anzuschauen ist es allemal. Weiter ging die Fahrt zu einem Alpaka-Gehege. Die Tiere wurden gerade umgesiedelt und das hatte natürlich seinen Grund. Ich bin die Frau Rappen. Ich bin Reviertierpflegerin im Bärenland. Also betreue die Wölfe und die Bären. Das gehören doch die Minischweine. Und bin seit über 30 Jahren hier im Tierpark tätig. Und wir haben vorhin die Alpakas hochgeführt von der Ausweichkoppel, weil die morgen geschoren werden. Morgen kommt also eine junge Frau, die das schon jahrelang betreibt. Und die ist extern und die kommt her und schert unsere Alpakas. Ob sich die Alpakas auf den Friseurtermin freuen, wissen wir nicht. Auf jeden Fall hatten Besucher ihre Freude am Umzug der Tiere. Die macht immer den Besuchern Spaß, weil die Tiere recht nett sind. Und es dauert halt seine Zeit. Man muss sich ein bisschen Zeit lassen. Die laufen recht langsam. Und die Olga, die die Kollegin hinterher geführt hat, die ist ein bisschen älter schon. Und die braucht halt auch ihre Zeit, um hier oben anzukommen. Und das läuft aber immer recht gut. Und die Besucher, denen gefällt es natürlich. Dann kamen wir zu dem gefiederten Nachwuchs. Wir haben zwei kleine Steinkäuze in diesem Jahr. Die sind jetzt circa drei Wochen alt. Auch schon beringt. Und wir haben also auch gestern Federn gezogen, um die Geschlechter feststellen zu lassen. Ja, das eine Jungtier wird, wenn es denn weiblich ist, in den Tierpark Klingenthal gehen. Das ist also schon besprochen mit den Kollegen. Und wenn nicht, oder das andere Jungtier, dann werden diese Tiere zur Wiederauswilderung in den Harz gebracht. Die nächsten Tiere waren eine echte Herausforderung für unseren Mitarbeiter. Denn sie waren sehr schnell und recht klein. Ja, die schnellen Flitzer, das sind also Weißhaubenfasaden. Von denen haben wir gerade sechs Jungtiere. Und das ist also wie ein Sack Flöhehüten. Die schlüpfen auch noch durchs Gitter durch und gucken auch mal, was draußen los ist. Und wir kriegen also immer wieder Warnhinweise der Besucher ein Fasan ist ausgebrochen. Aber das ist also nicht so schlimm. Die passen noch durchs Gitter durch und die machen auch zu Mama und Papa zurück, wenn sie denn in Ruhe gelassen werden. Es gab noch weitere stolze Eltern in der Voliere. Der Nachwuchs befand sich auch hier in einer Kiste. Die sind also noch nicht bunt in der Kiste. Das sind zwei Königssittische, zwei australische Königssittische. Und die sind also erst drei Tage alt. Da freuen wir uns also sehr, dass es dort wieder mit dem Nachwuchs dieses Jahr geklappt hat. Und man kann also die sehr gut unterscheiden. Das Weibchen ist mehr grün wie rot und das Männchen ist mehr rot wie grün. Da kann man also sehr gut die Geschlechter bei den Königssittischen sehen. Die nächste Station lag in unerreichbarer Höhe. Warte, wenn Sie schauen, erwartungsvoll in die Höhe? Ja, Hannelore und Gerhard sind also auch in diesem Jahr wieder zurückgekehrt zu uns und haben ihr Nest auf dem Wollschweinbaum bezogen. Wir wissen allerdings bis heute immer noch nicht, ob und wie viele sie Jungtiere haben. Also wenn ich jetzt so schaue, könnte das ein Jungtier sein, was da über den Nestrand ein bisschen blinzelt. Aber um wirklich feststellen zu können, wie viele es Jungtiere sind, brauchen wir also erstmal eine Drohne. Und das wollen wir also in den nächsten Tagen mal machen und schauen, wie viele dort wirklich in Nest sind. Was suchen wir hier, Frau Dammler? Wir suchen Trauerschwäne. Eltern und sechs Jungtiere. Und auch an den Schwanennachwuchs war zunächst schwer heranzukommen. Eine Weile suchten wir vergeblich, aber dann hatten wir doch Glück. Ja, das sind unsere australischen Trauerschwäne und da freuen wir uns sehr darüber, dass wir hier einen Nachwuchs haben. Es sind also sechs Jungtiere geschlüpft und die sind alle in einem Top-Zustand. Wir haben Jahrzehnte, so muss ich sagen, keinen Nachwuchs bei diesen Tieren gehabt, haben immer mal den Partner austauschen müssen, da der Fuchs doch öfters mal zuschlägt hier und sich einen Schwan geholt hat. Und jetzt hoffen wir einfach, dass die Kleinen in Ruhe groß werden können und der Fuchs sie verschont. Das hoffen wir natürlich auch. Unser Rundgang war damit beendet. Auf dem Weg zum Ausgang trafen wir noch auf eine begeisterte Besucherin aus Zwickau. Der Tierpark ist wunderschön. Hier ist immer schön herzukommen. Und vor allen Dingen ist es hier wunderschön gepflegt alles. Immer in der Augenweite. Sie kommen öfters her? Ja, öfters. Und für uns war das mit Sicherheit auch nicht der letzte Besuch. Ut potatoes. Unser Rundgang